Willkommen bei AnyDoc Software, die innovative Art, Dokumente zu verarbeiten. In diesem Kurzfilm erhalten Sie einen Überblick, was Sie über eine moderne Eingangsrechnungsverarbeitung wissen müssen. Die AnyDoc Invoice-Applikation ist in Form einer Standard-Applikation out of the box sowie als Individuallösung erhältlich. Dabei sind in die Standard-Applikationen die Erfahrungen und Anforderungen von mehr als 100 Kundenprojekten eingeflossen. Sie ist unabhängig des vorhandenen ERP-, Finanz- und Warenbewirtschaftungssystems einsetzbar und mit sämtlichen Workflow- und Archivsystemen kompatibel. Die moderne Eingangsrechnungsverarbeitung teilt sich in drei Phasen auf. Phase 1 beinhaltet das Einscannen sowie die automatisierte Verarbeitung der eingehenden Rechnungen. Phase 2 ist der Freigabeprozess und die Kontierung und Phase 3 beschäftigt sich mit der Verbuchung sowie der Archivierung der Rechnungen und relevanten Daten. Dieses Video behandelt die erste Phase der Eingangsrechnungserfassung. Das AnyDoc Invoice-System ist modular aufgebaut, beliebig skalierbar und beinhaltet jeweils die notwendigen Module als Teil des Standardpakets, welche für eine effiziente Verarbeitung des Tagesvolumens benötigt werden. Zudem ist die Lösung vollumfänglich mandantenfähig, sodass zu einem späteren Zeitpunkt auch weitere Applikationen einfach und schnell hinzugefügt werden können. Die Invoice Standardapplikation basiert auf der eigens dafür entwickelten AnyDoc Freiform-Technologie. Dies bedeutet, dass Rechnungen unabhängig ihres Formates und ihrer Struktur weitgehend automatisiert verarbeitet werden können. Um dies zu verdeutlichen, erhalten Sie jetzt einen Einblick in die wichtigsten Funktionen der AnyDoc Invoice Standardapplikation. Während ein Großteil der Verarbeitung vollautomatisch im Hintergrund abläuft, möchten wir an dieser Stelle kurz auf die Nachbearbeitungsmöglichkeiten innerhalb der Kreditorenabteilung eingehen. Die hier angezeigten Rechnungen wurden vorgängig eingescannt und die relevanten Datenelemente wurden mittels der AnyDoc Freiform-Technologie bereits erfasst. Die so gewonnenen Daten werden in der Nachbearbeitungsmaske links dargestellt, während die entsprechende Seite, auf welche der relevante Datenwert gefunden wurde, hier und die Rechnungsstruktur ganz rechts angezeigt wird. Um Sie als Anwender zusätzlich zu unterstützen, arbeiten wir mit Farben. Wobei die Farbe Grün signalisiert, dass sämtliche relevanten Daten erfasst und validiert werden konnten. Die Farbe Gelb zeigt an, dass ein Datensatz nicht gefunden oder validiert werden konnte, der entsprechende Wert jedoch keinem Mussfeld entspricht. Bei der Gestaltung der Maske haben wir speziellen Wert auf die Übersichtlichkeit sowie den logischen Ablauf der Rechnungskontrolle gelegt. Im oberen Teil der Maske sehen Sie den Mandantbuchungskreis sowie die Dokumentklasse. In diesem Bereich wird der automatisch identifizierte Lieferant angezeigt. Etwas weiter unten werden die Finanzdaten dargestellt, inklusive den Steuersätzen und Beträgen. Zusätzlich werden sämtliche gewonnenen Daten nachgerechnet und so automatisch validiert. Für unsere Schweizer Kunden beinhaltet die AnyDoc Invoice Standard-Applikation auch die integrierte Verarbeitung von ESSA-Belegen. Unabhängig davon, ob diese als Teil der Rechnung perforiert oder als Beilage der Rechnung angehängt sind. Ein zusätzliches Erfassung des Einzahlungsscheines mit einem ESSA-Laser entfällt, was die Produktivität deutlich steigert. Ein großer Vorteil ist zudem die automatische Mehrwertsteuerkonformitätsprüfung, deren Ergebnis hier angezeigt wird. Hier wird aufgrund einer Bestellnummer, die auf der Rechnung gefunden wurde, ein automatischer Bestellabgleich vorgenommen, sowie die entsprechenden Schlüsseldaten zur Weiterverarbeitung aus dem Bestellwesen übernommen. Selbstverständlich ist auch ein Abgleich der Bestellpositionen möglich. Ihre Vorteile mit der AnyDoc Invoice Standard-Applikation lassen sich wie folgt zusammenfassen. Weitreichender Funktionsumfang out of the box. AnyDoc Invoice kann unabhängig des sich im Einsatz befindlichen ERP, Finanz-, Workflow-, Supply Chain Management- oder Archivsystemes eingesetzt werden. Sehr, sehr kurze Implementierungsphasen. Die automatisierte Eingangsrechnungskontrolle inklusive Mehrwertsteuer- und Umsatzsteuerkonformitätsprüfung. Das exzellente Preis-Leistungsverhältnis sorgt für einen kurzen Return on Investment, schon ab 50 Rechnungen pro Tag. Für eine umfangreiche Präsentation der Lösung, sowie eine persönliche Beratung, kontaktieren Sie uns bitte unter der nachfolgenden Telefonnummer oder ganz einfach über E-Mail. eurosales.anydocsoftware.com Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne laden wir Sie ein, weitere Produkte von AnyDoc Software per Video anzuschauen. Besten Dank.